Long time no see, hallo Sternenbürger und heute ist wieder Zeit für eine neue Folge von Star Citizen. Auf geht's! Long time no see, hallo, zurück hier im Hangar. Immer noch Deluxe, es wurde noch nicht zurückgepatcht auf meinen Standard-Hangar. Ich nehme mir hier wieder den Helm, der notwendig ist für den Dogfight-Modus und ich möchte, bevor ich hier in meinen Jäger steige, noch ein bisschen aufräumen. Aufräumen, was heißt, und zwar mit dem Mumpitz, den ich teilweise erzählt habe, bzw. können wir hier noch was nachholen. Und zwar möchte ich noch mal testen, ob jetzt das Handtuch ordnungsgemäß funktioniert mit der Textur. Und das ist hier vorne. Gucken wir mal, ob es jetzt klappt mit der Textur. Das saubere Handtuch und jetzt wird es benutzt. Diesmal hat es geklappt mit der Textur und siehe da, ein bisschen schmutzig und mit Wasser dran. Okay, das wollte ich halt noch gezeigt haben. Was haben wir noch, was ich korrigieren möchte? Schade, dass das Laufen hier wieder nicht funktioniert. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass der Fahrstuhl dort hinten nicht funktioniert. Tut er aber eigentlich doch. Man muss ihn halt eben nur rufen. Das habe ich halt völlig übersehen. Ist hier schon die Fahrstuhltür? Ja. Ich hatte mich einfach hingestellt und hatte gesagt, ja, funktioniert gar nicht. Natürlich. Man muss ihn auch erstmal rufen. Der ist ja unten. Standardmäßig sind die nämlich unten geparkt. So, was könnte ich noch revidieren? Und zwar habe ich glaube ich auch in dem einen Video gesagt, The Great Next Starship. Das heißt natürlich dementsprechend dann auch nicht TGNS, sondern es ist TNGS. The Next Great Starship. So ist die richtige Reihenfolge. Was war noch, was ich irgendwie fälschlich dargestellt habe? Auf dem Waffenmount am Schießstand. Die Waffe habe ich gesagt, das ist keinesfalls die Laserwaffe, die an der 300i ist. Aber ich vermute mittlerweile, ich habe mich da vertan. Das ist nämlich doch der Laser, der an diesem Kampfjäger angebracht ist. Jo, damit habe ich hier die kleine Rundtour bestritten. War noch was, was ich fälschlich dargestellt habe? Hm. Naja, ich rede ja immer oft viel Müll, aber ich glaube, das war es erstmal im Groben so. Und das Wichtige, was ich nun richtig stellen konnte. Okay, wir hatten gesagt, diesmal wird wirklich gleich mal losgefightet. Das heißt, wir müssen jetzt hier aussuchen in dem Menü, was gleich erscheinen wird. Da ist es. Achja, da, wo ich es gerade sehe. Äh, genau, das war die nächste Fehlinformation, die ich gegeben habe. Ich habe gesagt, das Spectrum Match, also gegen andere Leute zu kämpfen online, ähm, das ist nicht möglich. Das ist schon möglich, aber leider nicht für alle. Ähm, das System wird erstmal mit wenigen Spielern getestet. Und da geht es darum, dass die Bäcker, die schon früh Geld gespendet haben... Bäcker klingt immer komisch. Bäcker, da denkt man immer gleich an Brötchen und Brot backen, oder? Ähm, ja, dass die Leute, die zuerst Geld gegeben haben, dass die bevorzugt wohl behandelt werden, so habe ich das gehört. Andere sagen, dass es per Zufall ausgelost sein soll. Ja, die müssen erstmal nacheinander die verschiedenen Server starten und wollen mal gucken, wie stabil das denn läuft. Deswegen, glaube ich, sind erstmal nur bis zu 30.000, ähm, zugelassen für das Online-Spiel. Und nach und nach kommt dann halt noch mehr dazu, wenn alles stabil läuft. So sieht's aus. Okay, jetzt habe ich auch, glaube ich, wirklich alles abgehakt. Bin jetzt hier auf den Vendal Swarm gegangen. Das heißt, wir werden gleich in den Kampfmodus richtig gehen. Bin schon richtig nervös. Das war nur noch der Ladebildschirm vom Broken Moon. Ein bisschen überbrücken. Ich habe mich wieder für Broken Moon entschieden. Habe ich auch im letzten Video gesagt, weil da so die Atmosphäre so ein bisschen heller ist. Da fühle ich mich so ein bisschen wohler erstmal. Und da kann ich auch die Hindernisse sehen ein bisschen besser und hoffe, dass ich da nicht so sehr schnell dagegen crashe. So, das Blinken hat aufgehört. Das heißt, im Moment geht's los. Origin Jumpworks at your service. Ja, Origin Jumpworks at your service. Das ist schön. So, wir haben sozusagen Wingmen mit dabei. Wingmen würde eigentlich heißen, dass wir die vielleicht auch steuern können oder Befehle geben. Können wir hier, glaube ich, nicht. Die sind einfach jetzt so KI auf unserer Seite. Die sind mit dabei. Kontakt. Da, wenn du Scavenger has joined. Das ist die Welle Nummer eins. Die Gegnerwelle. Und ich kann jetzt hier mit dem Digipad nach oben schon mal scannen. Und dann kriege ich hier Gegner angezeigt, die ich dann auch durchschalten kann. Jetzt habe ich den erneut gestartet, den Scan. Ich mache mal so eine Geschwindigkeit von... Ah, ich weiß nicht, wie kriege ich die ungefähr hin? So 93 habe ich jetzt. Ah, so um 70, 80 rum will ich mal. Okay, wie schalte ich nochmal hier jetzt durch? Den nächsten Gegner. Da muss ich nach links, glaube ich. Das ist der nächstliegende Gegner. Wie können wir den gleich mal abballern? Wow, der ist schnell. Noch keinen einzigen Schuss losgeworden bin ich hier. Meine Güte, da ist er. Während mich jetzt der andere auch irgendwie angreift schon. Wir müssen versuchen hier... Dieses Quadrat, was soll ich sagen, weil es senkrecht da so steht. Raute, nenne ich es mal. Wenn die grün ist, richten sich auf... Aua! Krawum. Ja, schade, da komme ich nicht weit. Man sieht jetzt, dass mein Flügel beschädigt ist. In der Anzeige links. Hoffe, dass ich noch alle Düsen habe, weil wenn ich die nicht habe, wird es mit der Steuerung schwierig. Okay. Na, der ist aber alle schnell und es ist ja heftig. Aber so ist das immer mit dem Vorführeffekt. Jetzt komme ich hier gar nicht richtig zu Rande. Als ich das vorhin für mich nochmal gespielt hatte, da hatte ich richtig Glück gehabt und habe einige Wellen durchgestanden. Jetzt finde ich hier noch nicht mal einen Gegner. Ist ja armselig. Dabei zeigt er mir doch ja den Pfeil an, da unten. Da muss er doch jetzt mal irgendwie erscheinen. Da. Und jetzt habe ich ihn schon glatt wieder aus dem Visier verloren. Wo ist er denn? Wenn da gleich mal was aufleuchten sollte. Um dieses gegnerische Raumschiff. Jetzt greift er mich schon wieder an. Der ist wirklich verdammt gut. Also das Rote was dann aufleuchtet, das wäre dann das Schild des Gegners. Da, jetzt hat man es gesehen am Heck. Ach, jetzt bin ich ein bisschen an den rechten Stick gekommen. Das heißt, wenn ich hier gleichzeitig... Ja, jetzt meine Shields sind jetzt auch schon nur noch halbstark. Refreshing Shields. Jetzt werden die Shields wieder aufgefrischt. Das heißt, eine Zeit lang ist man dann auch irgendwie recht schutzlos. Passt ja gar nichts hier in meinem Kampfstil. 4-Shields. Strength. Stern-Shielding. Depleted. Jetzt habe ich Depleted. Shields down. Bin ich völlig schutzlos. Stern-Shielding. Depleted. Und werde von hinten angegriffen. Ich habe noch nicht mal einen einzigen Abschuss. Weapons System. Und bin stark getroffen. Flügel ist schon richtig zerlegt, wie man jetzt sieht in der Anzeige. Was man vielleicht gleich auch noch sehen kann, da ich ja glaube ich nicht mal so lange lebe. Aber man guckt jetzt hier am Steuerrad. Da sind jetzt die Hände des Piloten zu sehen. Da gibt es nämlich auch noch einen Bug. Nach dem Respawn sind die Hände meistens ein bisschen verdreht. Also kann man jetzt mal gucken. Jetzt sind sie noch vernünftig am Steuerrad. Wo ist er denn? Auf der linken Seite. Ja, wow. Hostile eliminated. Aber ich glaube wir haben noch mehr Schaden jetzt bekommen. Kann man sich das ja gerade mal angucken. Ja, da ist ja kaum noch was dran. Der gesamte Flügel ist irgendwie ab. Da sind auch imaginäre Lichter am leuchten. Das dürfte ja eigentlich auch nicht sein. Okay. Gehen wir mal wieder in die Cockpit-Ansicht. Laser kann ich auch nur noch rechts schießen, weil links ist ja auch nichts mehr was schießen könnte. Frontlaser funktioniert noch. Wo ist denn der Gegner? Wo ist denn der Gegner? Da unten. Ja, dann erzählt der mir immer was von Kollisions-Schools. Yep. Noch einen getrocknet. Schön. Zero Hostile Contacts remaining. Also alle abgeschossen. Ah, das sieht doch geil aus. Wollen wir mal an diesem Wrack hier hinterherfliegen so ein bisschen. So, da kommen jetzt also weitere Gegner rein. Das ist jetzt die Welle 2 und wieder drei Vendul-Scavenger. Aber da sehe ich mal meine Chancen nur nicht so sonderlich doll. So, jetzt können wir die einfach mal scannen. Hätten wir einen Gegner, können wir eigentlich mal den nächsten Gegner nehmen. Das müsste doch der eigentlich sein. Jetzt lassen wir nicht die Friendly scannen, sondern die Gegner. Ja, hinter dem Trümmerteil ist wohl einer. Jetzt machen wir mal was. Und zwar... Na, will's nicht. Versuchen wir mal eine Rakete zu locken. Okay. Jetzt nur die Rakete eigentlich nur noch abfeuern. Falls das überhaupt nur geht. Lock verloren. Und die Rakete abgefeuert. Super. Den haben wir getroffen. Da ist der nächste. Aber der versteckt sich hier hinter dem Objekt. Mal gucken, ob wir noch eine Rakete haben. Okay, dann schießen wir den auch noch mit einer Rakete ab hoffentlich. Schade, dass wir die Explosion nicht gesehen haben. Erstaunlich, dass man hier trotzdem noch hinkriegt, obwohl man eigentlich nur noch mit einem Wrack, eigentlich mit einem halben Sarg durch die Gegend fliegt. Ich muss nicht warten, bis der grüne Kasten auftaucht. Ein bisschen beschleunigen, ein bisschen näher ran. Ah, shit. Yes, das ist Maria. Da habe ich aber richtig eine Breitseite abbekommen. Ein bisschen links rüber rollen. Oh mein Gott, der lässt sich jetzt so schlecht steuern. Hier ist der Fighter. Proximity alert. Ah. Proximity. Oh Gott, das war friendly fire. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da ist der Pfeil. Die müssen darauf zu beschleunigen. Ja, was schon ein bisschen komisch ist. Man sieht immer nicht so viel, also man sieht immer nur so kleine Pünktchen. Proximity alert. Und schwuppdiwupp kommen die auf einen zugeflogen. Also ich mit kleinen Pünktchen meine ich also die Raumschiffe sind echt so winzige Objekte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das alles so richtig hier erkennen könnt. Und dann ist ja auch der Hintergrund natürlich im Weltraum alles möglich schwarz. Dann diese dunklen Schiffe. Oder vielleicht dann erstmal noch geblendet vom Gegenlicht. Und wenn die mal näher kommen oder so, wenn die einem entgegenfliegen, dann geht das so rasend schnell, dass man die auch gar nicht erkennt. All Allies lost. Das heißt also, ich habe keine sogenannten Wingmans mehr. Also ich nenne sie jetzt mal Wingmans. Und bin jetzt nur noch auf mich alleine gestellt. Was ich auch noch erwähnen kann ist... Habe ich doch noch Raketen? Nö. Wenn man jetzt, ich weiß gar nicht genau, aber ich glaube wenn man die fünfte Welle oder sowas irgendwie oder drei Wellen, ich weiß nicht, jedenfalls eine bestimmte Anzahl von Wellen, so muss ich mich ausdrücken. Wenn man die überstanden hat, dann wird einem glaube ich auch das Schiff repariert. Und meine ich, falls einem das Schiff nicht repariert wird, auf jeden Fall bekommt man wieder Mitstreiter. Also kriegt man wieder so ein paar neue Wingmans. Könnte mir auch vorstellen, dass man auch wieder neue Raketen bekommt. Wo ist er denn da unten? Da werde ich aber geschossen. Ja, nur noch halbe Schildstärke. Also wenn man hier so getroffen wird, das spürt man noch gar nicht so richtig. Also da fehlt mir noch so ein bisschen was an Animation. Na, dass es ein bisschen mehr noch flackert und irgendwie ruckelt, damit man dann mehr so einen Eindruck davon hat, dass man auch richtig getroffen wurde. Bam! Ja, jetzt bin ich natürlich voll mit dem zusammengecrashed. Ähm, meine ich jedenfalls, dass das so war. Oder vielleicht bin ich auch einfach nur abgeschossen worden. Press X to respawn. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Naja, eine Viertelstunde ist schon rum. Das könnte man ja eigentlich auch schon dabei belassen. Wobei ich jetzt irgendwie von meiner Kampfkunst jetzt nicht sonderlich beeindruckt war. Und auch allzu viele schöne Szenen waren ja auch noch nicht dabei. Was machen wir? Was machen wir? Noch einen oder stoppen? Ich bin dafür die Aufnahme zu stoppen und dann sehen wir uns lieber in einem neuen Take und vielleicht dann auch auf der anderen Karte. So, ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß dabei gehabt. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich betrisse mich. Habt eine gute Zeit. Auf bald. Euer Paisley. Ciao. detected wir unsGolden George retech up.